Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das auch, das auch, das auch, das auch, das auch, das auch, nein, das Kugiris-Word! Halleschön und willkommen wieder zurück zu einem weiteren Podcast von LPU Adventure Map. Wir spielen jetzt hier diese coole Adventure Map weiter, die, die es erraten haben, was wir tun werden heute, nachdem wir dieses Feuerzeug gekommen haben. Wir werden das einfach abbrennen. Mal schauen, vielleicht wussten es sogar ein paar. Ein paar wussten es nicht. Und es backt. Okay, ich glaube, wir haben Asle abgebrannt. Ui, nee, warte. Yeah, Steinschwert, Schwer, äh, genau. Steinschwert, düdüdüdüdüdüdüdüm. Ah. Dümdüm. Nicht mal so schlecht, die Möp. Bis hier. Die gefällt mir sogar ein bisschen. Okay, hier ist wohl irgendetwas explodiert. Brückenschalter. Okay. Alles klar, dann haben wir jetzt wahrscheinlich die Brücken eingeschaltet. Ja. Anscheinend. Auf jeden Fall. Wir spielen jetzt wieder diese Map von dem, äh, Roffel, Mr. Roffel LP. Roffel, blblblblbl. Okay. Hinter dem Berg ist ein Dorf. Du solltest dich dort, dich dort mal ein bisschen umsehen. Alles klar. Warte mal, schadet mir das wirklich? Nee, okay. Alles klar. Wollte ich mal nur kurz sehen. Was ist da hinten? Hier ist wohl die Brücke, hier ist die Brücke wohl ausgeschaltet. Warum? Das stimmt gar nicht. Okay. Okay, alles klar. Merke dir, das sind jetzt Menschen. Hm. 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 Oh ja. Das ist richtig cool, love. Yeah. Okay, nee. Okay. Ich will jetzt nicht, nicht, ein bisschen zu 0815 und 018 plus und sowas werden. Nee, okay. Auf jeden Fall, das war ein bisschen unnennig. Aber es sah ziemlich scheiße aus. So, ich gehe zuerst zum alten Verrückten. Alter Verrückter. Ich arbeite gerade. Ich will dich. Gib mir deine Hand. Gib mir. Gib sie mir. Okay. Schweine. Okay. Günther. Rubine. Und Bett. Du bist nur nachts müde. Das ist ganz, ganz klar. Okay. Du bist nur nachts müde. Brot. Okay, schwarzen wir ein bisschen mit dem Brot. Hallo Brot. Was halten Sie von diesem Brunnen? Ich finde, der Brunnen ist ein bisschen kaputt. Das dachte ich mir. Übrigens, was halten Sie von einem sogenannten Sassiurs? Ich glaube, den kenne ich sogar. Der ist so voller Spaß wie und so und. Mir zeigt dann nichts mehr. Warum wohl? Rest in Peace, Brot. Okay. Den Schlüssel brauchst du für dieses Haus. Achso, der Schlüssel. Okay. Achso. Für dieses Haus. Du musst ja nach oben gehen. Bist du mich verarschen? So. Das geht gar nicht. Wie zum... Achso. Es geht... Oh my God. Es funktioniert. Das wurde ich gar nicht. Das wurde ich gar nicht. OMG. Okay. Oh nein, du bist ja gefangen. Bin ich nicht. Yeah. Okay. Tada. Tada. Du. Der alte... Der verrückte Alter töte ihn. Und du bist frei. Im Brunnen ist ein Geheingang. Okay. Jeder, den ich töte. Ich habe hier nicht getötet. Haha. Yeah. Yeah. Okay. Hier ist nur noch Moon. Komm. Wir müssen nie. Ah. Ich hätte jetzt gerade riskiert, dass ich das getroffen habe. Aber dann habe ich nicht. Cool. Das ist so traurig. So traurig. Hebel für Tempel. Düm, 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 düm. Wir werden den Tempel so weit von kaputt schlagen. Und zwar genau jetzt. Düm, 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 düm. Jetzt erst mal den Verrückten. Das ist der Tempel? Willst du mich verarschen? Willst du? Okay. Das ist der Tempel. Zutritt. Nicht für Kinder unter vier Jahre. Ah. Ähm. Hallo. Ich bin ein Mensch. Ich sehe... D, D. Okay. Deal. Was machen wir denn jetzt? Zutritt. Nur für Kinder in über vier Jahren. Also... Ah. Jetzt verstehe ich es. Okay. Jetzt. Alles klar. Das war sogar so gedacht, oder was? Hier ist der Eck. Erster und Zweiter. Ich habe es gefunden. Hui. 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 Yeah. Okay. Was ist eigentlich Erster und Zweiter? Egal. Alles klar. Keine Ahnung. Oh. Da hinten ist da was ganz Schönes. Egal. Wir werden es gleich sehen. Aber wir haben es geschafft. Wow. Wir sind auf Menschen geklettert. Das ist cool. Okay. Äh. Guck lieber nochmal richtig nach. Okay. Keine Ahnung. Spring. Jetzt nach Abschließen von Quest 2 offen. Ich will sterben. Okay. Nicht sterben. Okay. Ich mache besser. Ja. Fuck. Ich helfe. Er ist nach Abschließen der ersten Quest offen. Das ist die erste Quest. Oh Gott. Ich bag mich irgendwie da rein. Ich kann das. Scheiße. Irgendwie werde ich es schon schaffen. Okay. Das geht nicht. Vielleicht. Das machen wir mal. Scheiße. Dann geht es auch nicht. Ah. Okay. Frage. Wie viele Einwohner hat Deathsdorf PS mit dem Verrückten halten? Nein. Sechs. Alles klar. Okay. Soll ich da wirklich auch reinspringen? Okay. Guck in. Guck in. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Ja gerade. Vor allem auch. Oh Gott. Auch mit dem Baby Zombie. Wow. Gut. Bogen. Yeah. Okay. Haben wir ihn abgeschlossen? Du willst du nicht beachten. Ging aber nicht anders. Doch. Du kannst ja irgendwie die Schaltung nach hinten führen. Und dann hier so. Hier dann. Das Rest so weiter nach. Oh egal. Auf jeden Fall. Dass hier so ein Block ist. Und das Rest so in den Block reinfährt. Das ging eigentlich schon. Müsste eigentlich schon gehen. Aber naja. Wenn du es sagst. Dann. Beachte ich mal nicht. Zufrieden. Hoffen wir es. So. Alles klar. Aber irgendwie scheint mir das. Zu offensichtlich. Erst nach Abschließender. Erste. Okay. Fahnen. Bogen. Warte mal. Okay. Wir sind schon 9 Minuten 30 im Aufnehmen. Wie die Zeit vergeht Leute. Erst nach Abschließender. Was war die Quest 1 eigentlich? Quest 1 war einfach die Leiter nach oben gehen. Okay. Alles klar. Beide debuggen aber auch immer wieder. Ständig rum. Warte mal. Fass. Okay. Wir haben es geschafft. Cool. Ich bin ja so cool. Und so gut. Im Fallenbogen schießen. Blick hinter den coolesten. Yeah. Sieht ja richtig cool aus. Wenn das ein bisschen zu offen ist. Also zu offen. Nicht zu offen. Aber warum hast du dir so viel Mühe gegeben. Und so viel offen gemacht. Aufgemacht. Eingemacht. Ungemacht. Egal. Ungeheure Macht. Yeah. Okay. Schalter. 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 Irgendwie habe ich bemerkt. In meinem Texture Pack ist ziemlich viel was Böses. Ist braun. Beziehungsweise rot. Und gelb. Zum Beispiel das. Und zum Beispiel. Herzcontainer. Cool. Also zum Beispiel das. Und zum Beispiel. Ähm. Auch. Das hier. Ist auch so bräunlich. Gelb. Und so. Ziemlich witzig. Ja. Entzöge hier die Sachen. Die du nicht mehr brauchst. Durch das. Brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das auch. Das auch. Das auch. Das auch. Das auch. Nein. Das Kokiri's Word. Fick dich Kokiri's Word. Fick dich in deinen Mull. Oder in deinen Stuhl. Was muss ich tun? Hallo? Was muss ich tun eigentlich? Hä? Was soll ich? tun? Achso. Ah. Ah. Okay. Verstanden. Aha. Okay. Na dann. Dann habe ich gecheckt. So. Auf jeden Fall. Sind es dann wieder 10, 12, 14, 28 Minuten gewesen. Und ich würde sagen. Wenn es euch gefallen hat. Dann lasst doch bitte eine Bewertung da. Ansonsten. Sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Und bis. Fuck. Dann. Adios. Leute. Warte mal. Boop. Yeah. Okay. Wir sind es. Und bis dann. Tschüss. Yeah. Egal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020